für den lieben so ist auch für ein war scheiß Karte da etwas zu was soll ich für ein Spiel noch holen nicht ich hab 40 Euro Warte holen die Stilien hier ich bin ein Wort der Porto 2 sowieso das werden wir jetzt er darf er auch so wollen wir auch bei der Aber das wird voll schwer sein. Für diese Spiele braucht man ein Gehirn und sowas habe ich nicht. Na, geil. Das ist voll geil, ich kann das dann auf Mac spielen, dann kann ich 1080p machen. Geil. Weil mein anderer Computer schafft das nicht. Warum? So was soll ich mir noch kaufen? Janis, was soll ich mir kaufen? Killing Floor. Left 4 Dead 1 und 2 kosten zusammen 15 Euro. Genau, ja, ich wollte schon immer Left 4 Dead kaufen. Wir können das zusammen zocken. Oh, let's playen, ich bin Profi drin. Jo, mach mal mit Janis, wir machen auch mal hier. Wer ist das? Das ist zu dritt, let's playen, hol ihr das auch? Killing Floor zu dritt. Killing Floor zu dritt. Aber ich denke, wir... Ja, dann hole ich mir 1 und 2, dann können wir 1 und 2 alles machen. Kostens sind 15 Euro. Dreier LP, geht das? Dreier, Coop oder wie? Ja, da kannst du sogar zu viert oder zu fünft, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Vier. Kannst du viert die Kampagne spielen. Ich sag das schon vor lange eigentlich. Ja, zu dritt kann man... Oh, ich kann das auch antraten machen. Dann holen wir das an Left 4 Dead, dann können wir das auch noch zocken. Oh Gott. Hä, wie groß ist der Scheiß? Left 4 Dead 2? Oha. Was hast du geholt? Portal. Ja. Wie, 11 Gigabyte? Heftig. Aber jetzt fest, warte, pack das nicht. Warte, wo ich hab' mir noch mal gekommelt. Ah, das ist bei Steam normal. Scheiß Steam, ey, fickt euch ins Knie, ne? Weißt du schon, Zane Sword 2 zu installieren, braucht 6 Stunden. Ey, wenn die Steam-Server sind, sind voll oft überlastet, ne? Da kannst du mindestens... Ich hab für 7 Gigabyte in einer 16.000er Leitung 25 Stunden gebraucht. Ja, das ist... Steam benutzen voll viele Leute. Ja, weil ich mit 13 KB oder so geladen habe. 13 KB ist nicht viel. Nee. Nicht so, ne? Nicht wirklich. So. Oh Mann, warum werfen die Granaten? Voll die Wichsern. Das dürfen die gar nicht. Wie können die nur in, in so einem Spiel Granaten werfen? Ja, ne? Die wirft von den Call of Duty Granaten. Das ist mir unverständlich. Das ist unverschämt. Das ist unverschämt, ne? Gib mir die Kohle! Ey, paradox, ne? Ich will nur noch eins sagen, du bist ein richtiger Wichser. Du gibst allen die Kohle, aber mir nicht, ey. Ähm. 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 Oh. Oh, warte, MW. Keine Rate. Jawoll, das lädt sich doch runter wie Scheiße. Wie Scheiße. Hol, holt euch auch Portal, also holt ihr auch Portal, Albert. Ja, ja. Ich hol mir Left 4 Dead 1 und 2. Aber beeil dich morgen, ne? Das muss, morgen ist der letzte Tag. Ja, wann ist denn die Bank offen? Sparkasse. Ja, ganzen Tag eigentlich. Ja, weil... Hol dir auch einfach die Paysafe, dann tanke. Ja, oder hol die Paysafe, genau. Nee, ich mach über Click und Bye. Okay. End oder und. Hä? Click und Bye. Ja. End by. Ha, bist du witzig. Nee, der hat mich gemerkt. Irgendwie habe ich in Call of Duty keinen Plan. nicht noch wer ist immer was neu ist wenn du ein Planeten ich habe immer Pläne Schussplanung und über mich töten obwohl mich töten da hat keine Ahnung was auch was auch so Killing Floor was ist Killing Floor von Horror Horrorschutzer so was kann ich nicht spielen da krieg ich dir mal Angst ich krieg schon Angst wenn ich in eine Riesenhöhle reingehe ja weil es sich keine Angst halten und selbst in Skyrim und voll Angst als ich in Höhlen reingegangen ich hatte richtig mega Angst es ist wieder mal Zeit für ein neues Video und zwar für das letzte Video das letzte Video das war ein Superjahr wenn ich mal zu mir gucke was habe ich dir alles erreicht ich meine ich habe ja ich gucke meine eigene Videos was habe ich dir alles erreicht Bill Gates man was habe ich dir alles erreicht ja ich habe alles erreicht was ich erreichen wollte bis morgen ich habe ja nicht Kommentare eingeblendet da habe ich nice lass mal Abo da danke du hast mir selber geholfen du erklärst voll gut Top Video danke der Junge weiß wie man mit Photoshop umgeht und dann eins sorry ich will jetzt nicht haten oder so ne das soll keine Bleibigung sein das ist gut erklärt aber dann sieht einfach nur scheiße aus wie heißt der Kerl nochmal Janis wie heißt der Kerl hast du Left 4 Dead 1 und 2 dann die on D7 to D5 Gmx Mail ich bin nicht bei Gmx boah der hat einfach mal die Fresse halten hä ach ja du bist ja bei web.de nein ich bin bei Gmail meinst du mich Nick nein hier der äh hier Raper Bishop der Raper oh ich habe jetzt schon verloren scheiße ich auch ja kein Bock mehr doch wenn ich jetzt so nein jetzt hat der mich am Sack jetzt hat der dich an den A ne ich kann jetzt so ey Nick holt dir auch noch gleich Dings Killing Floor das hat nur 1 GB das lädt es schnell ja ist das auch für den Mac äh ja 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 tell them ah was mache ich da das ist gute Frage ich weiß ja auch nicht Bishop G4 to add 5 oh Schach geht mir auf den Keks jawohl gleich kann ich Portal zocken machst du direkt Let's Play heute noch oder erst morgen ne Albert ist ja noch nicht wenn entweder alles wie geil wäre To Getter machen alles wie Albert To Getter von Dead Island hast du Dead Island schon ja wie macht To Getter von Dead Island hä kauft du dir das Spiel für VCO runterladen komm mal ja und dann ihr wollt To Getter machen ja mit dir achso ja Alarm am zweiten also morgen soll ich morgen kommen ja also der Morgen von morgen ja aber ich weiß wenn ich jetzt schlafe denke ich auch immer es ist morgen aber es ist eigentlich der gleiche Tag ja am zweiten ja oh man Portal komm letzten Schritte hm bin ich dumm warum man ich hab die Königin verloren was spielst du denn Schach ach Schach das ist die Dame nein ich mein diese kleine Figur da neben den großen da hä ja das ist die Dame oder den meinst du den Springer nein ich mein Läufer da ist ja so ein eine große Figur ne in der Mitte das ist der König ja genau und daneben ist ja auch noch da so Trinken holen bis gleich ja das klingt 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 oh baby oh nee was bin ich ein idiot ja das bist du ey was mach ich da oh man ich hab schon verloren Nick warum ich hab schon verkackt in mein Leben warum ganz ehrlich Kastrion warum geht das Spaß die mal von mir weg oh ich oh man oh das wird doch gar nicht gehen Moment so Scheiße Schock verloren Milan schreibt mir wer nichts waren bis gerade weg und schlafen oh lass mal meine König in Ruhr Alter gefickt alter jeden zug den ich mache ist fail ja du überlegst ah dings ist fertig portal nein nein gut okay so überspringen oh die wollen mich doch voll verkackern nein hello welcome to aperture size ja toll zwickmühle jetzt geht gar nichts mehr ne wir bist du du